Hekulaneum war eine antike Stadt in Kampanien am Golf von Neapel gelegen, die wie Pompeji und Stabie beim Ausbruch des Vesuvs in der zweiten Hälfte des Jahres 79 untergegangen ist. Die moderne Nachfolgesiedlung am selben Ort heißt seit 1969 Hekulano. Mythos Die Göttin Fauna verweigerte ihm, seinen Durst mit geheiligtem, nur für Frauen bestimmtem Wasser zu stillen. In seinem Ärger erbaute Herakles einen Tempel, der ihm selbst geweiht war und in dem keine Frauen an den Zeremonien teilnehmen durften. Währenddessen stahl Kakus, ein Sohn des Vulkanus, dem Herakles einige Rinder aus der Herde des Geriwon. Nach vergeblicher Suche wollte Herakles nach Griechenland zurückkehren, als er seine Kühe hörte. Er folgte dem Geräusch, traf auf Kakus, zette den Dieb aus seiner Höhle und erschlug ihn. An der Stelle, wo er Kakus erschlagen hatte, gründete Herakles der Sage nach die Stadt Herkulaneum. Der Mythos ist von Dionysius von Halikarnassos überliefert. Geschichte Über die Stadt in vorrömisch-oskischer Zeit ist wenig bekannt. Der Name Herkulaneum deutet, vom Mythos abgesehen, darauf hin, dass es dem Namen und dem Ursprung nach Griechisch war und in der Tat erscheint es bei seiner frühsten Erwähnung, die wir kennen, durch Theophrast, unter dem Namen Herakleien. Auch von der Anlage her liegt eine griechische Gründung nahe. Herkulaneum war von einer Mauer umgeben, die ein Gebiet von ca. 20 Hektar einfaste und lag an der Küstenstraße, die am Golf entlang von Nerpolis nach Pompeji und Stabie führte. Der Trasse der späteren Viadormeciana. Seit 307 v. chr. gehörte Herkulaneum zum römischen Einflussbereich. Im Bundesgenossenkrieg wurde es 89 v. chr. von den Aufständischen unter Papius Mutilus besetzt, kurze Zeit später jedoch ohne großen Widerstand von einem Legaten Sulasch erobert. Im Gegensatz zu einigen Nachbarstädten konnte es den Status eines Munizipiums behalten. Nach römischem Vorbild lag die Verwaltung der Stadt in den Händen der Dom Viri, zweier oberster Magistrate mit einer Amtszeit von einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Zerstörung hatte es etwa 4000 Einwohner. Herkulaneum war demnach deutlich kleiner als Pompeji. Eine kleine Hafenstadt, in der der Handel keine große Rolle spielte und an der der Seehandel weitgehend vorbeiging. Die Wirtschaft beruhte hauptsächlich auf dem Fischfang, Ackerbau und kleinem Handwerk. Die Ausstattung der freigelegten Häuser deutet aber auf teilweise großen Wohlstand der Einwohner hin. Wegen der natürlichen Schönheit, mit dem prächtigen Blick über die Bucht von Neapel und seiner reinen Luft, die von vielen antiken Schriftstellern gepriesen wurde, wurde Herkulaneum gerne als Sommerfrische gewählt. Viele reiche Römer bauten dort ihre Villen und lebten dort mit ihren Sklaven und Handwerkern. Die bekannteste ist die Villa dei Papiri, benannt nach der dort gefundenen Bibliothek von Papyrusrollen. Vesuv-Ausbruch Der katastrophale Ausbruch des Vesuv im Jahr 79 kam für die Bewohner Kampanins völlig überraschend. Da der Vulkan seit ca. 500 Jahren ruhte, wurde er nicht einmal mehr als Vulkan erkannt. Nur Strabern wies auf Ähnlichkeiten von Vesuv und Ätna hin. Auch das Erdbeben im Jahr 62 wurde nicht als Vorbote eines drohenden Ausbruchs interpretiert. Der Verlauf des Ausbruchs ist durch zwei Briefe des Plinius an den römischen Historiker Tacitus einerseits, andererseits durch die Befunde der Ausgrabungen sowie durch geologische Untersuchungen des Gebietes und eine genaue Analyse der Schichtungen des vulkanischen Materials mittlerweile so gut bekannt, dass sich der Ablauf des Ausbruchs relativ genau nachzeichnen lässt. Der Ausbruch begann gegen 13 Uhr. Der Vulkanschlot riss auf und in einer schnell Kilometer hoch wachsenden Eruptionssäule wurden Asche und Lapili nach oben getragen. Beim Erreichen der Tropopause flachte die Wolke sich ab, sodass ihre Form von Plinius treffend mit der einer Schirmpinie verglichen wurde. Die Hauptwindrichtung ging gegen Südosten, sodass vulkanisches Material hauptsächlich auf Pompeji und die umliegenden Orte fiel. Das westlich des Vesuvgelegene Herculaneum war in der ersten Phase des Ausbruchs nur wenig betroffen. Während in Pompeji die Hausdächer unter der Aschenlass brachen, fielen in Herculaneum nur wenige Zentimeter Asche, dennoch genügend, um einen Großteil der Einwohner eilig flüchten zu lassen. Lange Zeit wurde vermutet, fast allen Einwohnern sei die Flucht gelungen, da sich in den ausgegrabenen Bereichen nur wenige Skelette fanden. Als 1982 der Grabungsbereich auf den antiken Strand von Herculaneum ausgedehnt wurde, erwies sich dies als Irrtum. Im Inneren von zwölf Bootshäusern wurden dicht aneinander gedrängt ca. 250 Skelette gefunden. Warum die in den Bootshäusern umgekommenen sich der allgemeinen Flucht nicht angeschlossen hatten, ist unklar. Möglicherweise hofften sie, über das Meer entkommen zu können, vielleicht meinten sie auch, in den relativ starken Gewölben der Bootshäuser vor Aschenregen und Lapili sicher zu sein. Die Skelette weisen überdurchschnittlich häufig Anomalien auf, die auf Alter, Behinderung oder Krankheit hindeuten. Vermutlich waren diese Menschen nicht in der Lage, mit dem Rest der Bevölkerung rechtzeitig zu fliehen. In der Nacht brach die bis in die Stratosphäre aufgestiegene Eruptionssäule zusammen. Das herausgeschleuderte Material fiel auf die Flanke des Vesuvs zurück. Ein pyroklastischer Strom raste mit einer Temperatur von über 400 Grad Celsius und einer Geschwindigkeit zwischen 100 und 300 Kilometer pro Stunde auf Herculaneum zu. Beim Erreichen der Bootshäuser um ca. 1 Uhr nachts starben die dort verbliebenen Binnensekunden an thermischem Schock. Die Gebäude Herculaneums wurden von diesem ersten Strom aber nur relativ wenig beschädigt, da er nicht sehr viel Material mit sich führte. Gegen Morgen erreichte ein dritter Strom und im Laufe des Vormittags ein vierter Strom die Stadt. Das Material der letzten Ströme war dicht, zähflüssig und füllte die Gebäude bis in den letzten Winkel aus. Herculaneum wurde unter einer vulkanischen Schicht von bis zu 20 Meter Stärke völlig begraben. Beim Abkühlen verfestigte sich dieses Material zu einer dichten Masse von Tofstein. Diesem Ablauf verdankt sich der gute Erhaltungszustand der Gebäude von Herculaneum und ihres Inventars. Bevor die Gebäude von Asche bedeckt wurden, war ihr Inneres bereits verfüllt, daher brachen die Dächer nicht ein. Die Hitze des ersten pyroklastischen Stroms karbonisierte organische Materialien oberflächlich und entzog ihnen das Wasser. Unter der dichten Tofsteinmasse lag Herculaneum praktisch abgeschlossen von Luft. Entdeckung und Ausgrabung Im Lauf der Jahrhunderte war die exakte Kenntnis der Lage des verschütteten Herculaneum verloren gegangen, dessen Reste im Mittelalter durch das Städtchen Resina teilweise überbaut wurden. Man hatte zwar schon im 16. Jahrhundert einige Skulpturen und Inschriften gefunden. Doch erst 1709 stieß ein Bauer zufällig beim Ausschachten eines Brunnens auf die Reste des Theaters von Herculaneum. Das Areal wurde vom Herzog von Elboeuf Emmanuel Maurizia angekauft, einem verbannten französischen Aristokraten, der als Befehlshaber der österreichischen Armee in Neapel stationiert war. In den folgenden Monaten ließ er auf eigene Kosten Ausgrabungen durch Stollenvortrieb vornehmen. Bei diesen Ausgrabungen wurden neun Statuen entdeckt, darunter die große und die zwei kleinen Herculanerinnen, die Delboeuf dem Prinzen Eugen in Wien schenkte. Ab 1738 ließ Karl von Bourbon, König von Neapel, unter anderem durch Soldaten und Zwangsarbeiter systematische Ausgrabungen durchführen. Am 11. Dezember fand man eine Inschrift über das Theatrum Herculanens, was die Vermutung des Marquese Don Markello Venuti untermauerte, dass in der Erde Reste einer Stadt liegen mussten. Man begann damit, im Theater und an anderen Stellen zunächst Schächte bis zum antiken Straßenniveau abzutäufen und anschließend je nach Reichtum an Fundstücken enge Stollen voranzutreiben. Die Ausgrabung erfolgte unter Leitung und Aufsicht des neapolitanischen Militärs. 1750 war die Villa dei Papieri entdeckt worden, was der Grabungsbegeisterung neuen Schwung verlieh. Von 1750 bis 1761 und 1764-65 wurden unter hauptsächlicher Leitung von Karl Weber, einem Schweizer Militäringenieur, systematische Grabungen auf dem Gelände der Villa und der sogenannten Basilika durchgeführt. Weber fertigte auch genaue Pläne an, die es heute ermöglichen, den Verlauf der Grabung und Fundorte einzelner Werke zu identifizieren. 1765 erzwang der Austritt von Gas in den Stollen einen Abbruch der Arbeiten und das Versiegeln der Zugänge. Die Arbeiten wurden erst 1828 durch Franz I. von Bourbon wieder aufgenommen, jetzt aber erstmals im Tagebau. Auf einem vom Staat erworbenen 900 Quadratmeter großen Areal wurden die Ausgrabungen unter Leitung des Architekten Carlo Bonucci bis 1855 fortgeführt. Fortgesetzt wurden sie mit Unterstützung des italienischen Königs Victor Emmanuel II. In den Jahren 1869 bis 1875, in denen unter großen Mühen in einem kleinen Teil des Grabungsgebiets die gesamte vulkanische Deckschicht abgetragen wurde. Dennoch konnte man bei diesen Ausgrabungen nur die Insule II und VII freilegen. Wegen der erheblichen Kosten des Erpräumens scheiterten in der Folge Versuche, die Grabungen wieder aufzunehmen. Erst im Jahr 1924 begann unter Leitung von Amedeo Maiuri die nächste Grabungsphase, die mit kurzen Unterbrechungen bis heute andauert. Erschwert wird eine vollständige Ausgrabung durch die moderne Überbauung. Unter Maiuri war ein Gebiet von 9 Hektar enteignet worden. Die weitere Ausdehnung des Grabungsgebiets in nördlicher Richtung stößt an die Bebauungsgrenze von Ercolano. Von 1982 bis 1988 wurde unter der Leitung der US-amerikanischen Archäologin Sarah T. Biesel insbesondere das Gebiet des antiken Hafens und Strandes ausgegraben, wobei in den Bootshäusern eine große Zahl von Skeletten gefunden wurde. Ein Fund, der zu einer genauen paläopathologischen und paläodemografischen Analyse eines repräsentativen, gleichzeitig verstorbenen Bevölkerungsquerschnitts einer antiken Stadt Gelegenheit gab. In den Jahren 1996 bis 1998 wurden im Bereich der Villa dei Papiri Ausgrabungen unter freiem Himmel gemacht, bei denen bis dato unbekannte Untergeschosse der Villa gefunden wurden. Funde Neben zahlreichen zum Teil gut erhaltenen Privathäusern sind auch einige öffentliche Bauten und vor den Toren der Stadt gelegene Villen freigelegt worden. An manchen Häusern sind noch römische Graffiti zu lesen. In Küchen wurden verkohlte Stücke von Brot, Getreide und Eierschalen gefunden. Die meisten der in Herkulaneum ausgegrabenen antiken Kunstwerke befinden sich heute im Archäologischen Nationalmuseum in Neapel. Dazu gehören U.A. die an verschiedenen Stellen gefundenen Fresken und die 70 großen Bronze-Skulpturen aus der Villa dei Papiri, die durch den Fund einer einzigartigen Bibliothek verkohlter Papyrusrollen mit Werken altgriechischer Philosophen bekannt geworden ist. Anfang Februar 1990 verschafften sich zwei maskierte und bewaffnete Diebe Zugang zum Lagerraum der Funde. Nachdem sie die sechs Wachposten überwältigt und in einer Hütte gefesselt hatten, erbeuteten sie mehr als 250 wertvolle Artefakte, Juwelen, Münzen und zahlreiche kleine Bronzestatuetten. Darunter war auch der Schmuck des als Ringlady bekannt gewordenen Skeletts. Die Stücke sind bis heute verschwunden. Bilder Mosaikfußboden in den Therme Urbane Originale Ladeneinrichtung Wohnhaus Bronzestatue eines Läufers aus dem großen Garten Peris Teil der Villa dei Papiri Straßenpflaster Hauswasserleitung aus Blei Wandmalerei M1 Stiel Opus Sektteil Schmuckstil Schmuckstil Schmuckstil